Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten vor 100 Jahren. Heute die Nachrichten vom 15. Januar bis zum 21. Januar 1923. Das Thema der Woche ist erneut die Ruhrbesetzung. Weitere Themen sind Unruhen in Memel, Frauen in der Rechtspflege, eine nationalsozialistische Versammlung in Berlin, Debatten über Einwanderung und eine Warnung vor Hoffnung auf Russland. Am 25. Januar besetzen französische Truppen Bochum, Gladbeck und weitere Städte im Ruhrgebiet. In ganz Deutschland kommt es zu Demonstrationen gegen die Besetzung. Bei einer Demonstration in Bochum erschießt das französische Militär den 17-jährigen Sohn eines Lokführers. Er ist das erste Todesopfer der Ruhrbesetzung. Dem Reichstag geht gleichzeitig eine Denkschrift zur Gewalt im bereits seit fünf Jahren besetzten Rheinland zu. Hier sei es seit Dezember 1918 zu 65 vorsätzlichen Tötungen und 170 Vergewaltigungen durch Besatzungstruppen gekommen. Der Reichskohlenkommissar verbietet die Lieferung von Kohle und Koks nach Belgien auch für den Fall einer vorschussweisen Bezahlung. Die Zechen und ihre Leiter wollen dieser Aufforderung folgen. Die Franzosen beginnen dagegen mit der Kontrolle der Kohlenzüge und der Requisition von Kohle. Außerdem werden Zwangsmaßnahmen angekündigt. Am 16. Januar wird auch Dortmund von den Franzosen besetzt. Trotz einer Enthaltung Englands stellt die Reparationskommission mit den Stimmen Frankreichs, Belgiens und Italiens zwei weitere Verfehlungen Deutschlands fest. Wie die Vossische Zeitung berichtet, herrscht mittlerweile eine Katastrophenstimmung im Ruhrgebiet. Bei den Verhandlungen mit den Franzosen tut sich der 50-jährige Unternehmer Fritz Thyssen hervor. Die Zechen weigern sich französischen Befehlen Folge zu leisten und liefern keine Kohle nach Frankreich oder Belgien. Niemand könne zum Vaterlandsverrat gezwungen werden, heißt es. Der deutsche Reichskohlenkommissar untersagt den Beamten und Arbeitern der Reichsbahn explizit eine Zusammenarbeit mit den Besatzungsbehörden. Die Franzosen reagieren mit Verhaftung und Repression. So wird am 18. Januar der Präsident des Landesfinanzamtes Düsseldorf, Dr. Friedrich Schlutzius, von der Besatzungsbehörde verhaftet. Am 19. Januar beginnen die Franzosen mit der Besetzung der Reichsbankstellen und der Beschlagnahme der staatlichen Bergwerke. Am 20. Januar wird dann auch Fritz Thyssen verhaftet und von Soldaten abgeführt. Auch Generaldirektoren verschiedener Kohlegruben werden verhaftet, ebenso wie beispielsweise der Reichsbankdirektor in Ludwighafen. Thyssen wird nach Mainz gebracht, wo er vor ein französisches Kriegsgericht gestellt werden soll. Mussolini spricht über die Besetzung des Ruhrgebiets. Er erklärt Frankreich zwar seine politische und technische Solidarität, aber rät dazu, den militärischen Charakter der Ruhrfrage zu begrenzen. Gerüchte, Italien verfolge einen sogenannten Kontinentalplan zur Vereinigung Kontinentaleuropas gegen England, werden Dinge dementiert. Zur weiteren Innenpolitik. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland hat sich weiter verschlechtert. Reichskanzler Kuno hat daher an die Landesregierung ein Rundschreiben über die Bekämpfung der Schlemmerei und des Alkoholmissbrauchs gerichtet, in dem es heißt, Die weit überwiegende Mehrheit unseres Volkes leidet Not und weiß kaum, wie sie die Familie erhalten, für Nahrung, Kleidung und Erziehung sorgen soll. Die politischen Ereignisse der letzten Tage, der rechts- und vertragswidrige Einmarsch eines französisch-belgischen Heeres in das Ruhrgebiet, die wirtschaftszerstörenden Anordnungen der französischen Gewalthaber und die daraus folgende neuerliche Entwertung der deutschen Währung haben diese Sorgen bis aufs Höchste gesteigert. Die Reichsregierung ist bemüht, auf allen Wegen die Erfolg versprechen, Abhilfe und Milderung zu versuchen. Dabei ist sie entschlossen, auch gegen Missstände anderer Art, die im öffentlichen Leben hervorgetreten sind, vorzugehen. In der Kabinettssitzung vom 17. Januar stellt der Reichsernährungsminister Hans Luther entsprechende Maßnahmen vor. 1. Die Anzahl der Fleischgerichte in den Gastwirtschaften soll beschränkt werden. Bei jeder Mahlzeit darf nur ein Fleischgericht verabfolgt werden. 2. Die Verwendung von Butter in Gastwirtschaften soll untersagt werden. 3. Die Verabfolgung von Eiern in Gastwirtschaften soll beschränkt werden. 4. Die Verabfolgung von Milch zu Schokolade soll verboten werden. Ein wichtiges Thema für die Reichsregierung ist auch die sogenannte Einwanderungsfrage. Eduard Hamm, Staatssekretär in der Reichskanzlei von Wilhelm Kuno, erklärt hierzu am 17. Januar 1923, Die Missstände der Einwanderung und des fremden Aufenthalts in Deutschland sind unverkennbar und anerkannt. Namentlich russische und andere östliche Einwanderer bilden in Berlin förmliche Kolonien. Gewisse Straßenzüge werden von ihnen allmählich geradezu beherrscht. Sie haben eigene Theater, Konzerte, Vereine, Büchereien und so weiter. Zwar behauptet insbesondere der Herr preußische Minister des Innern, dass die Osteinwanderung in den letzten zwei Jahren nachgelassen habe und nicht wenige Flüchtlinge zurückgekehrt seien. Offenkundig aber ist auch jetzt die Überfremdung sehr stark. Ja, sie tritt jetzt offenbar mehr in die Erscheinung, weil es den Einwanderern gelingt sich in Deutschland Geld zu machen und damit breiteren Raum in Wohnungen, in Geschäften und im öffentlichen Leben zu finden. Das Kabinett beschließt daraufhin am 19. Januar, Zitat, dass der fremdländischen Einwanderung durch schärfste Nachprüfung der Sichtvermerke und durch wirksame Grenzkontrolle auch in den Eisenbahnzügen nach Möglichkeit entgegengetreten werden soll. Der Berichterstatter der Vossischen Zeitung, Herbert Weichmann, warnt vor dem Erstarken des Nationalsozialismus in Oberschlesien. Zwei Jahre zuvor, am 20. März 1921, hatten 59,6 Prozent der Wähler für den Verbleib im Deutschen Reich und 40,4 Prozent für eine Abtretung an Polen gestimmt. Auf der Pariser Botschafterkonferenz der Siegermächte wurde daraufhin allerdings auf französischen Druck hin eine Teilung Oberschlesiens veranlasst, die einige der wirtschaftlich lukrativsten Teile Polen zuschlugen, woraufhin die deutsche Regierung vom Zentrumspolitiker Josef Wirth zurücktrat. Die erbitterten Konflikte im Zuge der Abstimmung wurden von den Nationalsozialisten ausgenutzt, die von München aus gezielt Politiker nach Oberschlesien entsandten und versuchten paramilitärische Organisationen wie den sogenannten Oberschlesischen Selbstschutz, die noch vor kurzem gegen Polen gekämpft hatten, auf ihre Seite zu ziehen. In der Vossischen Zeitung warnt nun Weichmann, Zitat, Das äußere Auftreten der Nationalsozialisten hat trotz dieser starken Innenarbeit noch keinen nennenswerten Umfang angenommen, scheint aber immerhin auf dem besten Wege hierzu zu sein. Nach einigen vorangegangenen Veranstaltungen in Kreuzburg und in Gleiwitz sind in der letzten Woche in Beuten 300 bis 350 Mann in geschlossenem Zuge zum Teil mit Knüppeln bewaffnet marschiert. Die Veranstaltungen werden nach bayerischem Ritus veranstaltet, mit Hinweisen darauf, keine besseren Anzüge zu tragen, Werkzeug mitzunehmen, Organisierung eines Saalschutzes und ähnlichen versöhnlichen Ornamenten. Die Tätigkeit der verantwortlichen Behörden gegenüber dieser Bewegung und ihren Erscheinungen muss hierbei als auffallend gering angesprochen werden. Widerstand gab es allerdings von der Oberschlesischen Arbeiterschaft und insbesondere dem Allgemeinen Kongress der Oberschlesischen Betriebsräte. Diese forderten nicht nur die Einsetzung eines Reichskommissars mit diktatorischen Machtvollkommenheiten zum Schutze von Arbeiterschaft und Republik, sondern auch die Schaffung einer besonderen Organisation aus organisierten Arbeitern, um den staats- und volksfeindlichen Bestrebungen der Faschisten entgegenzutreten, da die Möglichkeit bestehe, dass die Behörden mit dem bewaffneten Bandenwesen nicht aufräumen. Vor allem in München bleibt die nationalsozialistische Bedrohung akut. So berichtet die Frankfurter Zeitung in dieser Woche, dass die Nationalsozialisten in der 3. Januarwoche einen Rechtsputsch angekündigt hätten. Aber auch in Berlin versammelt sich die NSDAP und hält ein geheimes Treffen im Kaiserin-Augusta-Gymnasium in Charlottenburg ab. Die Berliner politische Polizei ist allerdings wachsam und hebt die Versammlung auf. Dabei werden die Namen der rund 100 Teilnehmer, darunter übrigens viele Frauen, festgestellt. Vier Jahre nach der Novemberrevolution haben Frauen nun auch das Recht, Laien oder Berufsrichter zu werden. In München war Maria Otto am 7. Dezember 1922 als erste Rechtsanwältin zugelassen worden. In den ersten Januarwochen nahmen nun Frauen auch auf der geschworenen Bank oder als Mitschöfin an Gerichtsverfahren teil. Eine junge Witwe, die als Buchdruckerin arbeitet und nun als Schöfin am Amtsgericht Mitte tätig ist, berichtet der Vossischen Zeitung In den Beratungen sage ich unbefangen meine Meinung und sowohl der Richter wie der Mitschöffe gehen darauf ein und wir tauschen unsere Ansichten aus. Bisweilen bin ich für ein schärferes, manchmal für ein schwächeres Urteil eingetreten. Gegen die Frauen bin ich im Allgemeinen schärfer als die Herren, denn ich finde, nur so kann man die Frau zur Ordnung und Arbeit erziehen. Ich muss mir ja auch durch Arbeit mein Leben verdienen, sollen es doch die anderen auch tun. Von einer Erschütterung des Gerichts, so urteilt die Journalistin und Frauenrechterin Dr. Margarete Meseritz, könne keine Rede sein. Zur Außenpolitik. Litauer besetzen die französische Präfektur in der Stadt Memel. Noch bevor Schiffe der Entente eintreffen, müssen die Franzosen sich aufgrund von Munitionsmangel geschlagen geben. Am 17. Januar beschließt die Botschafterkonferenz der alliierten Siegermächte, eine vorläufige Regierung in Memel einzusetzen. Einige Tage später erreichen die Torpedoboote Senegal und Algerien Memel, die Lage bleibt aber unübersichtlich. In Polen werden Reservisten und Wehrpflichtige zu einer neuen Registrierung und die Militärärzte zu einer sechswöchigen Übung aufgerufen. Die Einnahme Memels hat in Polen für große Erregung gesorgt. Man spricht sogar vor einer deutsch-litauischen Verbindung. Eine polnische Zeitung schreibt, Deutschlands Drang nach dem Osten beginnt jetzt damit, die durch den Versailler Vertrag geschaffenen freien Städte Danzig und Memel zu vernichten und alles zu beseitigen, was seinen Drang nach Osten störe. Der Präsident des obersten Sowjets und damit das formale Staatsoberhaupt der UdSSR, Mikhail Kalinin, protestiert gegen die Vergewaltigung Essens als eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Gleichzeitig diskutiert die Kommunistische Internationale, ob Militärbündnisse mit bürgerlichen Staaten legitim seien, die gegen den westlichen Imperialismus gerichtet seien. Mögliche Optionen sind Litauen und die Türkei. Hierzu zum Abschluss noch ein Kommentar des Sozialdemokratischen Vorwärts vom 17. Januar 1923. Unter dem Titel Die Hoffnung auf Russland werden die Politik der Sowjetunion und insbesondere Solidaritätserklärungen mit deutschen Arbeitern im Ruhrgebiet eingeordnet. In der kritischen Lage, in der sich gegenwärtig Deutschland befindet, zeigt sich erneut der unpolitische Sinn und die illusionäre Einstellung breiter Kreise des deutschen Volkes. Es ist nicht nur bezeichnend, dass man sich über die ungeheure wirtschaftliche und politische Tragweite des Konfliktes mit Frankreich keine Rechenschaft abgibt und sich, wie in den Jahren des Krieges, an patriotischen Phrasen und großen Gesten berauscht. Noch wesentlicher ist, dass man sich in denselben unpolitischen Kreisen des Volkes Illusionen hingibt, die in krassem Widerspruch zu der Wirklichkeit stehen. Eine dieser Illusionen ist die Hoffnung auf Russland. Wieder, wie zur Zeit des Russisch-Polnischen Krieges, machen sich Anzeichen einer nationalbolschewistischen Bewegung in Deutschland bemerkbar. Träger dieser Bewegung sind gerade jene Kreise des Bürgertums, die sich sonst mit Hass und Ingram gegen den Sozialismus und Kommunismus wenden. Sie sprechen auch heute verächtlich von den sozialpolitischen Bestrebungen der Kommunistischen Partei und der Sowjetregierung. Was sie wollen, ist die militärische Unterstützung, die sie in Sowjetrussland zu finden hoffen. Diese Spekulation ist ebenso verkehrt wie verbrecherisch. Findet merkwürdigerweise auch Anklang in solchen Kreisen, die mit den reaktionären Zielen der Nationalbolschewisten nichts gemeinsam haben. Genosse Hermann Müller hat in seiner Rede in der Sonnabendsitzung des Reichstages mit aller gebotenen Schärfe darauf hingewiesen, dass es Pflicht der Regierung sei, den im Ausland der auftauchenden Gerüchten von einer militärischen Abmachung zwischen Deutschland und Russland immer wieder mit aller Energie entgegen zu treten. Doch solche Erklärungen der Regierung genügen nicht. Nicht minder wichtig erscheint es uns, dass jede Gemeinschaft mit nationalbolschewistischen Bestrebungen auf das Schärfste zurückgewiesen und jene Illusionen zerstört werden, die in manchen Kreisen des Volkes hinsichtlich der Möglichkeit einer russischen Unterstützung wieder lebendig geworden sind. Dass diese Illusionen bestehen, ist zu einem nicht geringen Teil Schuld der Kommunistischen Partei. Wir glauben nicht, dass die verantwortlichen Kreise dieser Partei bewusst nationalbolschewistische Agitation treiben. Aber ganz abgesehen davon, dass es in den Kreisen der Kommunistischen Partei genug Wehrköpfe und Phantasten gibt, die sich über ihre Ziele ebenso wenig im Klaren sind wie über die Folgen bedenkenloser Handlungen, So ist die allgemeine demagogische Einstellung der Partei, die ihr enges Interesse stets höher stellt als das allgemeine Interesse der Arbeiterbewegung, nur zu sehr geeignet, eine Entwicklung zu fördern, die in ihren Auswirkungen der Arbeiterbewegung schlimmsten Schaden zufügen muss. Hiermit endet die heutige Folge der Nachrichten vor 100 Jahren. Ich hoffe, dass Sie auch in der folgenden Woche wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020